Episode 10. Zehn ganze Episoden, Leute. Adventure Time. Zehn ganze Episoden. Und wir sind da, wo wir beim letzten Mal Pause gedrückt haben. Nicht ganz. Die eine Pflanze hat sich da aneuert, denn ich habe einmal kurz aus Versehen auf Weiterdrücken, äh, Weitermachen gedrückt. Auf Weiterdrücken gemacht. Genau. Egal. Wie auch immer. Wir machen weiter. Und drücken wieder Start hier. Ah, Moment, wenn es gehen würde. Jetzt geht's. Da haben wir es doch. Und halten die Zeit an und dann kloppen wir die mit unserem Geldsack weg. Lüt. Sack. Den haben wir noch weg. Und den haben wir noch weg. Und schnappen uns das ganze Geld. Uns natürlich die Gegner. Die Fiat sich da selbst eigentlich nimmt. Ja. Genau da, wo ich ihren Stützpunkt, äh, zerstöre. Schussi. Äh, wahrscheinlich. Ein teuflisches kleines Ding. Und den wird auch allen in die Fresse gehauen. Zick. Eine Schatzruhe. Die ist lustig. Eine Schatzruhe. Schön. Was haben wir da drin? Ein Batch. Und seitdem viel mehr Schach, den wir nicht mehr haben. Hm. Hey, das lernt sich. Wunderbar. Schlüsseln immer mit. Ich glaube, wir haben auch noch alle um. Wer will mich holen? Wer? Ich spiele die Vampir-Königin. Sack. Auch eine kleine Sch... Ich hab nichts gesagt. Das kommt, ob man immer eine große Fresse hat. Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Äh, ah, ich hab keine Ahnung. Das ist... Du bist der Spielecharakter. Wo soll ich das wissen? Nee. Auf euch fehlen hab ich keinen Bock. Und ich glaube, ich gerne weg. Und ich auch. Du hörst auch nicht viel aus. Oh, ich mag diesen. Aber ich brauch' deine Dings nicht absorbieren. Davon hab' ich mehr als genug. Sackgasse. Machen wir's trotzdem, damit wir nicht grad Schaden kriegen. Denn wir haben eh kaum noch Leben. Jetzt schon. Der Hotdog hat einiges wiederhergestellt. Da ist eine Sackgasse. Da geht's nicht weiter. Hm. 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 Die ist irgendwie nach da unten gekommen. Die Verlage ist wie. Nein. Aber hier sieht's doch ganz gut aus. Ja, hier waren wir noch nicht. Ja, da scheint es weiter zu gehen. Hier scheint es weiter zu gehen. Oh, jetzt. Vollpeitsche. Äh, die Goblinpeitsche. Die brauchen wir nicht. Aber gehen wir hier weiter. Böse. Böse. Ja. Ja, sag mal, wie schnell. Wie ist denn da schon die nächste Pflanze? Böse. Sie hat mich hier. Hah. 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 Ja, da verknüpft. Das ist Leben. Das bekommen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier hinter? Ja, dahinter ist gar nichts. Jetzt haben wir eine schöne Archt-Tür. Verachtsteine, nämlich richtig. Ja. Okay. Jetzt weiß ich auch endlich mal, was die können. Badges und Gold. Badges und Gold. Das ist doch schön. Noch mehr Gold. Oh, der hat einen goldenen Schlüssel fallen lassen. Und schnell um die Ecke, dann wird er explosiv nicht bekriegen. Aber fast in den Schuss reinfliegen natürlich. Den aber absorbiert, den nicht. Und auf einmal war da die Kippe runter, wirklich? Komm. So, jetzt nicht. Uah, Schätzchen. So, das Schätzchen stirbt und das Schätzchen sammle ich ein und das noch mehr. Das wird auch alles eingesammelt und das Essen wird gegessen, damit wir volles Leben haben. Ergibt natürlich Sinn. In gewisser Weise. Oh, das war mal ein neues Token, was wir da bekommen haben. Was soll ich mit diesem bekommen haben? Ich schätze. Ja, au. Wir brauchen 125. Für dieses eine Upgrade. 89 haben wir jetzt. Das scheint doch relativ gut zu laufen. Was soll ich mit diesem? Oh, der ist aber richtig viel Gold in diesem Level, diesmal. Oh, ich mag diesen. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Ja, mit der falschen Toste öffnen wir sie. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Was soll ich mit diesem? Was soll ich mit diesem? Was soll ich mit diesem? Ich bin mit dem. Ich bin mit dem. Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Geld, 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 Geld. Und zwar das gehen. Können wir jetzt auch noch mit verrecken. Da oben sehe ich doch noch Geld. Was haben wir hier unten? Gar nichts. Hier ist eine Wand drin. Fuck. Okay. Hat aber wenigstens Geld für uns hinterlassen. Und so kommen wir doch hier auch zum Geld. Und zu drei Gegnern. Wow. Ach, komm. Wollte gerade sagen, komm, machen wir sie einfach. Und da kriegen wir auch schon den ersten Shot reingeknallt. Mama weiß ja nie, was die so hinterlassen. Gar nichts. Kann man machen. Kann man machen. Ja, wir haben ja nichts verloren, nichts gewonnen. Das ist okay. Fällt mir ein, haben wir die Treppe überhaupt schon gefunden? Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben sie noch nicht gefunden. Oder sind wir wieder strutzdorf so an vorbeigelaufen? Gute Frage. Oder ist das einfach das falsche Portal hier? Wir schauen uns noch mal ein bisschen weiter um. Das haben wir ja jetzt auch schon festgestellt, dass es anscheinend jetzt immer mehrere gibt. Zwei hatten wir bis jetzt immer. Nicht heute, Schweinchen. Nicht heute. Zwei hat hier jetzt anscheinend noch einiges zu erkunden. Und noch einiges an Kohle, was noch wenigstiger ist. Ich es einfach hasse, wenn ich rede, getroffen zu werden. Das unterbricht mich immer im Ledefluss. Was sollte das? Und da sagst du auch so eiskalt nice. Das ist als witzige Fallen, wenn ich unterbrochen werde. Na gut. Dann rede ich halt gar nicht mehr. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ordentlich was ab. Machen wir doch einfach das hier mal. Und auch die Eimer alle zu Brei einfach packen. Okay. Der hat nicht so viel abbekommen. Das lohnt nicht. Oh doch, das lohnt, denn da ist die Treppe. Und die nehmen wir doch jetzt. 113 haben wir. Und dann drücken wir auf Continue. Und da sind wir bei Flo 34. Und schauen weiter. Wir haben schon fast so viel zusammen, dass ich schon fast sagen würde, wenn wir wirklich die 125 jetzt rauskriegen. Dann sehen wir zu, dass wir überleben. Bis wir uns dann das zwischendrin rausporten können. Das müsste doch jetzt eigentlich dann so bei 35 sein nach dieser Ebene eigentlich, wenn ich mich nicht vertue. Dann tun wir das. Kaufen das Upgrade. Und ich denke, bis wir das haben, sind wir dann auch schon in der Folge soweit. Dass die Folge wieder zu Ende ist, das passt ja dann wunderbar. Und dann beim nächsten Mal gehen wir natürlich wieder die Reise bis zum Boss an. Weil ich will nicht wieder beim Boss darauf gehen und dann wieder alles halbiert sehen. Uh, das ist auch wieder ein neuer Batch. Ich hoffe, wir leben es jetzt soweit. Sollte mich vielleicht jetzt wieder besser konzentrieren. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Oh, oh, Essen. Wir brauchen Essen. Ist mir jetzt egal. Oh, das Ding auffalle ich jetzt. Das war's mir jetzt wert. Dafür, dass wir hier nicht verrecken. Shit, haben wir noch Essen. Aber da komme ich gerade nicht hin. Jetzt aber. Ich glaube, hier in der Level konzentriere ich mich hauptsächlich wirklich aufs Überleben. Und schau, dass ich irgendwie noch die vier kriege. Das sollte machbar sein. Die liegen doch bestimmt irgendwo hier rum. Da haben wir schon eins. Da haben wir eine Giste. Bitte nicht explodieren. Boah, herzendank. Da können wir schön die Zeit anhalten. Warst du auch gerade auch wunderbar. Zack. Ja, nach dem hier. Ah, da haben wir's doch. Da haben wir's, Leute. Leute, wir haben's. Da haben wir 125. Oh, ich mag das. Ja, und wir werden da nochmal getroffen. Jetzt bloß nicht verrecken. Ganz, ganz wichtig. Oh, ich hab schon so ein bisschen Angst, dass wir jetzt noch verrecken. Das ist ja unschön. Dann haben wir was zu essen. Schnell nehmen. Noch ein bisschen Gold. Das nehmen wir alles mit. Ah, das nehmen wir mit. Ah, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Wir können uns ja noch ein bisschen umschauen, aber. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Jetzt wollen wir auch ein bisschen Leben wieder haben. Das ist ganz gut, wenn wir das tun können. Ja, warten wir auf den Schuss. Ja, und den sollten wir treffen. Warte mal, sonst schadet er uns an. Dann wird's wieder der Schuss. Den haben wir auch die Mappe ein. Mit dem Geldsack. Wir sind reich. Der Kuschelwolf. Was soll ich mit dem Geld bekommen? Je nachdem, wie viel wir noch kriegen. Aber schauen wir mal. Was soll ich mit dem Geld bekommen? Das heißt, theoretisch hier irgendwo müsste doch auch... Ja, was zu essen sagen. Genau, das wollte ich sagen. Nein, natürlich wollte ich sagen, die Treppe. Wir suchen jetzt die Treppe. Aber den nehmen wir noch mit. Ja. Schön, wie wir einfach unverwundbar werden nach einer Zeit. Das ist eine Munition. Das brauchen wir nicht unbedingt. Schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Ich meine dieses Slap-Geräusch sehr von den... Von den Gegenständen. Da ist die Treppe. Das ist, was ich tun muss. Das ist, was ich tun muss. Natürlich bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir jetzt schon raus können oder nicht. Schauen wir einfach. Nein. Wir müssen eben 35 auch noch machen. Deswegen war es jetzt nicht schlecht, dass wir uns jetzt nicht weiter umgeguckt haben. Die ziehen wir dann noch durch. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen. Sind nicht zu aggressiv. Und dann passt das. Und dann kommen wir, glaube ich, hier lebend raus mit unserer Beute. Und können das wirklich für 125 kaufen. Ja, ich überlege gerade schon, ob wir es vielleicht doch schaffen, bis zu 200. Aber ich glaube, in einem Level wird das jetzt schwer. Und ich will auf jeden Fall hier raus vorher. Das ist mir wirklich zu dangerous. Wenn ich jetzt schon sehe, wie... wie das hier abgeht, dann will ich ganz bestimmt das nicht bis zum Boss durchziehen. Wenn ich schon in Ebene 30-Boss so gesehen habe, dann denke ich mir doch, nee, lieber nicht. Lassen wir. Aber natürlich nehmen wir das mit, was wir kriegen können. Und dann kann man immer noch weiter gucken. Ja, dann müssen wir doch hier hoch, wo wir gespawnt sind. Da haben wir noch Geld. Ich schalte mal ein paar Spawner hier aus. Besonders da, wie kein Schmeichchen da rauskommt. Ja, danke schön. Stellen wir mal hier hin und hoffen, dass die Spawner doch mal auch Schaden kriegen. Ups, ja, kriegen sie. Dann können wir es direkt wieder auffüllen mit. Haben damit natürlich noch einiges getrasht. Noch ein Batch. Nun kommt es mir auch nicht. Und ihr kleinen Schweinchen, ne? Ihr seid mein neuen Hassgegner, wirklich. Ihr seht so putzig aus. Aber seid so ätzend. Und ihr Feen, ich... Euch habe ich auch nicht vergessen. Kann ich auch gar nicht. Wieder schön die Kiste schlagen. Da haben wir wieder ein Herkotis-Käfer zum Aufladen der... Ditte Labans. Oh nein, eine Mimikiste. Das ist jetzt sehr uncool. Nur den Geldsack geht die eigentlich relativ leicht, weil die auch zurückgeschleudert werden. Das ist das Gute an dem Sack. Da kommt erstens noch Geld raus, zwischendurch. Macht relativ viel Schaden. Und... Es schleudert die Gegner zurück. Das ist sehr, sehr angenehm, mit denen ein Spiel zu spielen. Muss ich ja sagen. Klar, das Eischwert friert ein. Auch sehr cool, aber... Jetzt die Frage, was hat mehr Reichweite? Ich glaube, der Sack hat etwas mehr Reichweite. Dann füllen wir nochmal unsere Energiemäte auf. Zack. Fast voll. Nicht treffen lassen. Das haben wir hinten. Hier geht's runter. Und ein Spawner. Und Geld. Was soll ich damit machen? Okay, Logik. Dankeschön. Auf mit meiner Leiste. Wir sind schon bei 179. Das wäre echt nice, wenn wir noch die 200 knacken könnten. Jetzt kurz beim rausgehen. Aber freuen wir uns nicht zufrieden. Lieber dann etwas weniger als sterben. Da ist nämlich schon die Treppe. Aber... Wir haben noch etwas Zeit. Schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Nein, die Ex brauchen wir nicht. Aber jetzt 20 hier in dieser Ebene zu fliegen ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja, okay. Okay. Wir sind da. Direkt. Ist okay. Let's see here. Noch ein Badge. Da kommen wir her. Da haben wir noch was zu essen. Zum Not haben wir immer noch einen Hercules-Kiefer. Der uns heilen könnte. Geben wir kein Geld draus. Schade. Vielleicht auch. Dann haben wir noch eine große Portion. Da haben wir noch was. Dann haben wir jetzt die Burrito. Zwölf noch, Leute. Zwölf. Vielleicht schaffen wir das wirklich. Das wäre der Hammer. Da haben wir noch vier insgesamt. Er hat leider nichts fallen lassen. Sechs noch. Komm, das muss doch hier irgendwo drin sein. Noch vier. Hier unten hatte ich doch irgendwo was gesehen. Da genau hatten wir die Zeit an. Da haben wir noch zwei. Drei bräuchten wir. Wir bräuchten theoretisch noch einen Zweier. Dann hätten wir es. Oder zwei einzelne. Natürlich. Oder noch was größeres. Mir egal. Komm, was finden wir jetzt noch? Das finden wir jetzt noch. So würde ich nicht aufhören. Bin 198 im Gepäck. Das wäre sehr, sehr schade. So kurz davor. Da! Boah, fünf. Da haben wir es. Sieht 200 Leute. Und direkt an der Tür. Und da sind wir raus. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Und ja, wir kehren zurück zum Warp. Mit unseren 203 Goldstücken. Du machst großartig Prozess. Das war jetzt noch anstrengender, als ich dachte. Und, äh, ja, wo war das mit den 200? War das bei ihm mit den 200 schon? Nein. Nein. Oh. Was hat doch 200 gekostet? Hier. Zack. Mehr Rowdiness. Mehr Schaden. Zack. Jetzt sehen wir es. Rowdiness. Haben wir drei, äh, zwei von drei Upgrades. Und schauen wir mal, was das nächste kostet. 500. Uiuiuiui. Gut, gut. Ja. Aber. Das haben wir geschafft, Leute. Wir haben sogar den Geldsack mit rausgebracht. Ah, ne, den stoere ich nicht. Den nehme ich wieder mit. Der ist echt gut. Ich vertraue einfach, dass ich beim nächsten Boss nicht sterbe. Aber den machen wir nicht mehr heute. Den machen wir nicht mehr in dieser Episode. Denn. Ich baue erstmal ein bisschen Ruhe nach dieser Strapaze von Boss. Und diesen zwei dämlichen Toten. die mich doch sehr ärgern. Und ich bedanke mich fürs Zusehen in dieser Episode. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal natürlich wieder dabei. Bei Adventure Time. Explore the Dungeon. Because. I don't know. Und, äh, bis dann, würde ich sagen.